Ah, die Wiesen Schleswig-Holsteins. Absolute Weite. Ein perfekter Ort für die Flora und Fauna, um zu wachsen und zu gedeihen. Herzlich willkommen bei jeder generischen NDR-Doku. Doch das hier ist ein bisschen was anderes. Und zwar ist es eine Tradition, die wir jetzt schon seit zwei Jahren, drei Jahren auf diesem Kanal haben. Und ähnlich wie es bei Traditionen ist, irgendwie sind sie veraltet, keiner will sie mehr sehen, aber wir machen es trotzdem. Und zwar werden wir heute mal wieder Randonautica ausprobieren. Für die von euch, die nicht wissen, was Randonautica ist. Randonautica ist letztendlich eine App, die man sich aufs Handy runterladen kann. Und die soll einem helfen, dass man gruselige Dinge, Anomalitäten in der realen Welt findet. Sprich gruselige Orte. Und so gab es in der Vergangenheit schon Leute, die es tatsächlich geschafft haben, Leichen und ähnliches zu entdecken. Weil die App scheinbar auf magische Weise sie dorthin geführt hatte. Es gibt sogar Leute in sehr, sehr kleinen Foren. Randonautica hat nicht die Riesenforen. Aber es gibt Leute in sehr, sehr kleinen Foren, die sogar behaupten, dass es möglich wäre, mithilfe von Randonautica in die Backrooms zu kommen. Und zwar, weil auch die Backrooms eine Anomalität sind, in die man zum Beispiel reinfallen kann. Das bedeutet, im Worst-Case-Szenario landen wir heute in den Backrooms. Aber wenn wir da wieder rauskommen, wird das ein Bomben-Video. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder mal irgendwo bei einer Wiese starten. Und ich bin gespannt, ob wir diesmal etwas finden. Der Trick, wie Randonautica funktioniert, ist ganz simpel. Wenn man es so macht, wie die App es will, gibt man Geld aus. Aber man kriegt auch eine kleine Summe an Tokens pro Tag gratis. Früher war es gratis. Aber irgendwann haben Anomalitäten angefangen, Geld zu kosten. Auf jeden Fall... Ist das mein Hund? Auf jeden Fall, es ist jetzt so, dass wir uns einfach eine Anomalität raussuchen, beziehungsweise auf Power drücken. Und dann müssen wir uns vorstellen, was wir finden wollen. Und ich werde erstmal wieder nach irgendetwas ganz, ganz Simplem suchen. Etwas super Simplem. Vielleicht nach wieder einer Farbe. Das hat schon sonst nicht geklappt. Wir nehmen die Farbe Gelb diesmal. Gelb kann man ja gut finden. Und dann steigern wir das Ganze. Und wenn wir es schaffen, uns das vorzustellen, das zu verinnerlichen in uns, dann ist es angeblich auch möglich, dass wir eben in der Lage sind, diese Dinge zu manifestieren in dieser Welt, beziehungsweise zu manifestieren, dass Randonautica uns da hinschicken kann. Deswegen starte ich jetzt mal die App. So, wir klicken jetzt auf Generate. Und dann werde ich mir vorstellen, dass ich was Gäbes finden will. Gäbes. Gelb. Gelb. Oh, oh, oh. Gelb. Gelb. Er hat was gefunden. Er hat was gefunden. Wie weit ist das weg? Oh, der ist weit weg. Können wir da hin? Finden wir heraus, ob wir da hin können. Wir sehen uns wieder, wenn wir da sind. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir jetzt. Hallo, mein Hund. Da sind wir jetzt mitten im Wald angekommen. Und zwar bei dem ersten Spot, den wir gefunden haben, in dem wir uns gelb vorgestellt haben. Es gibt ein Problem. Denn wie die Leute, wie schon die anderen Randonautica Videos gesehen haben, wissen, gibt es einen Radius, der einen ganzen Bereich abdeckt. Irgendwo in diesem Bereich soll die Anormalität vorliegen, die von den schweren Quantenmechaniken dieser App entdeckt wurden. Aka, man sucht sich irgendwas auf Google Maps draußen ist und da. Jetzt haben wir das Problem, dass die Hälfte des Radiuses hinter einer seltsamen Absperrung sich befindet. Da vorne ist nämlich, und wir können uns dem Ganzen ja mal nähern, tatsächlich ein Zaun gezogen worden. Mit Stacheldraht teilweise und allem drum und dran. Und der versperrt einen großen Teil des Waldes. Und es gibt da nichts, was irgendwie geschrieben wurde. Ich bin sehr weit weg gerade. Es gibt nichts, was da irgendwie geschrieben wurde. Also, wenn hier irgendwas versteckt wird, dann ist es höchstwahrscheinlich dahinter. Aber wir suchen trotzdem was Gelbes raus. Zum Beispiel hier. Kann ich das? Was ist das? Will ich das anfassen? Was ist das? Ist das gelb? Willkommen bei Art Attack. Ist das gelb? Ich glaube, das ist gelb. Aber wenn irgendetwas Gruseliges sich hier wohl befindet, dann ist es hier hinter. Der Zaun geht von hier da hinten ganz rum. Und ich frage mich, was sie dort Gelbes verstecken. Irgendetwas werden sie da haben. Aber wir gucken uns jetzt hier noch einmal kurz um. Vielleicht finden wir irgendetwas, was noch ein Ticken gelber war als das Gelbe dort eben. Es kann ja nicht wahr sein. Ich habe extra gelb genommen. Ich habe extra gelb genommen, weil ich dachte so, ja komm, letztes Mal hatten wir rot. Rote Blumen sind schon ein bisschen seltener oder so. Grün wäre zu einfach, weil, ne. Und dann dachte ich, nehmen wir gelb. Gelb finden wir auf jeden Fall, was da können wir so sagen. Oh, guck mal, eine gelbe Blume. Es kann ja nicht wahr sein, dass diese App uns einfach immer genau dahin führt, wo nichts ist. Weder gelb, noch rot, noch grün, noch blau. Wahrscheinlich wieder nur tausend Zecken. Ich würde sagen, ich würde sagen, weil das ist mein Video und ich darf das entscheiden. Ähm, das gelbe, die gelbe Rinde, die ich euch vorhin gezeigt habe. Oder hier. Hier. Das ist gelb. Das ist gelb. Das ist das Gelbste, was ich je gesehen habe. Deswegen würde ich sagen, das reicht uns an Gelb. Und jetzt suchen wir was anderes. Wir haben Gelb gefunden. Wir konnten beweisen, die App funktioniert. Ähm, und jetzt suchen wir die Backrooms. Das ist vielleicht von der Eskalationsstufe ein kleines bisschen höher. Ich würde sagen, es ist gelb, Backrooms, rot. Und deswegen gucken wir mal, ob wir... Da, sag mal... So, deswegen gucke ich mal, ob wir die Backrooms finden können. Dafür müssen wir wieder einen Spot generaten. Entweder ein Void oder eine Tractor. Kann ich auch erklären. Äh, tut nichts zur Sache. Es ist halt, wo irgendein... Ich weiß es nicht. Ich... Ach, scheiß drauf. Weg wo uns. Ich denke an die Räume. Ich denke an das Surren der Lichter an der Decke. Ich denke an den nassen Teppichboden. Ich denke ans Mandelwasser. Ich denke an die Kreaturen, die in den Backrooms lauern. Backrooms. 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 Oh, wir haben was gefunden. Ist es in den Backrooms? Okay, Leute, wir haben unseren Spot. Wir werden da jetzt mal hingehen. Äh, und ich brauche euch die Reise durch den Wald nicht zeigen. Aber das ist wieder im Wald. Deswegen, wir sehen uns gleich. Hier. Hier, hier oben. Hi. Na? Ähm, wir sind noch nicht ganz am Ort. Aber ich dachte, das ist ein toller Ort für eine Aufnahme. Eigentlich wollte ich so einen richtig witzigen Clip drehen, wo ich so von diesem Baum runterstürze und dann aufstehe. Und dann bin ich hier hochgeklettert und jetzt ist mir das zu hoch. Ähm, deswegen dachte ich, ich mache jetzt hier die Aufnahme, damit ich wenigstens nicht umsonst hier hochgeklettert bin. Auf jeden Fall. Ähm, wir werden jetzt gleich bei dem Spot sein. Ich latsche hier bereits seit bestimmt einer Dreiviertelstunde durch den Wald. Wir könnten das Ganze so leicht faken. Ich könnte mich irgendwo hinstellen und sagen, ja, hier ist der Spot. Ihr würdet es nie wissen. Aber das mache ich nicht. Nur damit ihr es wisst. Na, nur damit wir on the same page sind, wie der Engländer sagt. Wir gehen auf jeden Fall jetzt gleich zum Spot, gucken, ob dort die Backrooms sind. Ähm, ich versuche halbwegs unbeschadet hier runter zu kommen. Mal gucken, wie das klappt. So, jetzt sind wir beim Spot angekommen, beziehungsweise circa beim Radius. Und was suchen wir, wenn wir die Backrooms suchen? Bedeutet das, wir suchen etwas, wo ich einfach lang gehe und ich bin dann so, ah, und dann bin ich weg? Oder bedeutet es, wenn wir nach den Backrooms suchen, dass wir irgendetwas Gruseliges suchen wollen? Weil wenn wir was Gruseliges suchen, dann... Was das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Gehege? Oder ein ehemaliges Haus? Was zusammengebrochen ist? Also ich sage es mal so. Wenn ihr das nachts findet, alleine im Wald, vielleicht gruselig. Das ist das Gruseligste, was wir jemals bei einer Randonautica 2 gefunden haben. Ähm, hier ist auch alles voller Nägel. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ähm, ich klaue meiner Kamerafrau mal einmal die Kamera und nehme euch mal mit auf eine Reise. Kommt mit mir in ein Land. Ich weiß nicht, wie der Text geht. So, das war hier Arabische Nacht. Aladin. Schon mal gehört? Hier seht ihr auf jeden Fall sehr dunkel. Aber, ne? Das ist irgendeine völlig kaputte Struktur. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich würde mal sagen, das ist das Gruseligste, was wir bei einer Randonautica 2 je gefunden haben. Gebt mir einen Moment. So, das ist jetzt also quasi der gruselige Ort, den wir gefunden haben. Ich habe nochmal ein bisschen die Lichtfelde so hoch gemacht, damit ihr es besser sehen könnt. Wie gesagt, das ist ein völlig zerstörtes Irgendwas. Also, wenn einer von euch vielleicht Förster ist oder im Wald lebt, warum auch immer, könnt ihr mir ja sagen, was genau dieser Ort hier ist. Denn ich persönlich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Aber ich möchte jetzt mal ein ernstes Gespräch mit euch führen, okay? Okay, was habt ihr erwartet, was passiert? Hattet ihr erwartet, dass wir jetzt heute losziehen und wir werden mit Randonautica nach 18 Videos endlich mal was wirklich Gruseliges finden? Oder seid ihr davon ausgegangen, dass ihr mir einfach nur wieder zuguckt, wie ich spazieren gehe? Weil wenn ihr dabei wart, mir zuzugucken, wie ich spazieren gehe, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt genau das bekommen, weswegen ihr eingeschaltet habt. Also, Randonautica, sagt ihr es mir. Sind wir in den Backrooms? Ich würde sagen, nö. Nicht wirklich. Und wenn ich wirklich, meine ich 0%. Aber mein Resümee wäre, es ist eine lustige App, wenn ihr spazieren gehen wollt und ihr euch denkt, hey, ihr braucht einen Grund, spazieren zu gehen. Ihr habt keinen Grund, spazieren zu gehen. Ansonsten würde ich aber sagen, wenn ihr wirklich auf der Suche nach Anomalien seid, eher nicht so. Geht dafür lieber nach Berlin. Das ist seltsam genug dort. Randonautica auch nach zwei, drei Jahren, wie lange wir das auch jetzt immer machen, es passiert nichts. Es passiert leider nichts. Aber wer weiß. Wir werden nächstes Jahr sehen, ob es vielleicht funktioniert. Das ist jetzt ja unsere Tradition. Und ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. 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 Tschüss.